Was ist ein nachrangiges Darlehen? Ein nachrangiges Darlehen ist ein unbesichertes Darlehen. Es ist nachrangig, das heißt, wenn das Unternehmen schief geht, dann werden die vorrangigen Gläubiger zuerst bedient. Und der, der das nachrangige Darlehen gegeben hat, der sieht nichts mehr. Ja, nachrangig bedeutet, du hast praktisch keine Sicherheit. Und hier kommt der Aspekt rein, dass der, der ein nachrangiges Darlehen gibt, einem Start-up-Unternehmen, dass der faktisch genauso dasteht wie der Eigenkapitalgeber. Wenn das Unternehmen schief geht, dann ist das Geld weg, genau wie beim Eigenkapitalgeber. Und das ist dieser betriebswirtschaftliche Aspekt. Ja, also wir können notieren, ein nachrangiges Darlehen ist ein unbesichertes Darlehen. Im, wie soll man sagen, im Verlustfall oder im Versagensfall verliert der Gläubiger genauso wie der Eigenkapitalgeber. Ja, also wenn dieses Wagnis, dieses Start-up-Unternehmen nicht funktioniert, dann verliert der Geber des nachrangigen Darlehen genauso komplett sein Geld wie der Eigenkapitalgeber. Ja, der ist also mehr mit dem Schicksal des Unternehmens verknüpft, als normalerweise ein Fremdkapitalgeber überhaupt bereit ist, sich zu verpflichten. Im Übrigen glaube ich, dass, wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.